Vor vier Jahren war es soweit. Großbritannien trat aus der Europäischen Union aus. Wie steht das Land heute da? Ist der Brexit eine Erfolgsgeschichte oder war er rückblickend falsch? In der britischen Bevölkerung herrscht Ernüchterung. Laut Umfragen aus dem vergangenen Jahr sind 63 Prozent der Britinnen und Briten der Meinung, der Brexit sei eher kein Erfolg gewesen und noch mehr meinen, die Regierung habe die Umsetzung vermasselt. Und darüber spreche ich jetzt mit. Annette Dittert in London. Kann man sagen, vier Jahre danach bereuen die Briten den Brexit? Das kann man, glaube ich, schon sagen. Wenn man in die gegenwärtigen Umfragen guckt, dann sieht man, dass mehr als 60 Prozent, je nach Umfrage, aber das ist in etwa der Schnitt, mittlerweile sagen, dass der Brexit ein Fehler war. Das heißt, ein Großteil der Briten, der bereut den tatsächlich. Das heißt aber nicht, dass hier groß darüber diskutiert wird vier Jahre danach. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Einmal weiß man, dass 60 Prozent, die jetzt sagen, das sind ein Fehler, dass das noch lange nicht heißt, dass in diesen Zeiten der aufgeregten Debatten ein erneutes Referendum eine klare Mehrheit für die Rückkehr in die EU geben würde. Und dann ist es auch so, dass andersrum die Briten hier auch wissen mittlerweile, dass Brüssel jetzt andere Sorgen hat, als sich noch einmal um die Briten zu kümmern. Und dass es in der EU keine große Bereitschaft gibt, über diese Frage überhaupt zu diskutieren, solange nicht ein großer, wirklich überwältigender und parteiübergreifende Mehrheit der Briten dafür sind. Und das ist eben nicht der Fall. Die Tories, die Regierungspartei, die ja in den letzten Jahren von einer konservativen Partei zu einer rechtspopulistischen geworden ist, die hält nach wie vor am Brexit fest. Und insofern müsste Brüssel befürchten, dass sie das ganze Theater dann nur noch einmal durchmachen. Und weil die Briten das wissen, wissen sie auch, dass eine Rückkehr in die EU auf mittlere Sicht ganz, ganz unwahrscheinlich ist. Wir haben eine sehr klare Einschätzung. Ein Ansatz, eine Idee war ja, dass Großbritannien eigene Freihandelsabkommen schließen wollte, um bessere Konditionen für das Land herauszuhandeln und die eigene Wirtschaft zu stärken. Wie weit ist man denn damit gekommen? Ja, damit ist man leider überhaupt nicht weit gekommen. Und diese Freihandelsabkommen, die man hat abschließen können, die sind so klein, dass sie den Schaden, den wirtschaftlichen Schaden, den der EU austritt, hier angerichtet hat, bei weitem nicht kompensieren können. Es ist so, es gibt neueste Studien von Bloomberg, die sehr gründlich nochmal nachgeguckt haben. Das ist ja immer so ein bisschen schwer zu definieren, was lag jetzt an der Pandemie, was lag am Ukraine-Krieg, was liegt wirklich am Brexit. Aber die kommen zu dem Schluss, dass, wenn man einigermaßen genau hinguckt, damit rechnen muss oder davon ausgehen muss, dass der Brexit die Briten im Jahr 100 Milliarden Euro kostet, umgerechnet. Und das wird auf die Dauer immer mehr, weil mit jeder neuen Regelung, die die EU verabschiedet, müssen die Briten dann wieder neue Zollformulare erfinden. Und das sind natürlich alles Kosten, die am Ende auf den Verbraucherpreis umgerechnet werden. Und die Freihandelsabkommen im Vergleich dazu, es gab ein paar mit Australien, mit Neuseeland, mit Japan, die machen nur insgesamt zwei Prozent des gesamten Handelsvolumens der Briten aus. Das heißt, die spielen eigentlich keine Rolle und können das nicht wirklich ausgleichen. Und der große Preis, der immer versprochen wurde von den Brexiteers, dass man ein eigenständiges, besseres Handelsabkommen mit den USA und mit Kanada haben würde, der ist in ganz weite Ferne gerückt. Die USA haben komplett abgewunken und das angekündigte Freihandelsabkommen mit Kanada, das ist pünktlich zum vierten Jahrestag des Brexit heute ausgesetzt worden, weil man sich nicht einigen konnte. Du hast die Verbraucherpreise schon kurz angerissen. Was bekommen die Menschen im Alltag vom Brexit denn sonst noch so mit? Was ist schwieriger geworden? Vieles ist schwieriger geworden für die Briten, vor allem aber das Reisen und Arbeiten und Leben in Europa. Das geht eben nicht mehr so einfach, beziehungsweise geht kaum. Früher konnte ein junger Brite einfach nach Berlin fahren, dort studieren, dort leben, dort arbeiten. Dafür bräuchte er heute ein Visa, das ist extrem schwierig geworden. Man merkt es aber auch hier auf der Insel im Alltag, die Preise sind eben wirklich einfach gestiegen, vor allem für Obst und Gemüse, weil da eben doch immer noch 50 Prozent importiert wird aus EU-Ländern. Und durch die zusätzlichen Grenzkontrollen ist das eben alles teuer geworden. Und was ich auch immer wieder merke hier, wenn ich selber einkaufen gehe, viele Produkte aus der EU, aus EU-Ländern, die gibt es gar nicht mehr, auch in den teuren Supermärkten nicht. Zum Beispiel französischer Käse oder frisches Gemüse aus Marokko gab es eine ganze Weile gar nicht. Das kommt dann manchmal aus Südamerika und ist dementsprechend verwelkter. Also die Qualität der Lebensmittel ist runtergegangen, die Preise sind hochgegangen. Ist dann aber irgendwas besser, irgendwas leichter geworden für die Briten? Eigentlich wirklich nichts. Also ich habe eben noch mal darüber nachgedacht vor unserer Schalte, aber ich kann da wirklich keinen Punkt finden, wo man sagen kann, das ist wirklich jetzt positiv. Es ist allerdings schon so, dass ein großes Versprechen der Brexiteers eingehalten wurde. Und da geht es um die Migration. Also die Kontrolle der Grenzen, das war ja ein ganz wichtiger Punkt. Das hat man in der Tat erreicht. Also die Europäer, EU-Bürger können eben ohne Visa hier nicht mehr rein. Dieses Hin und Her, was früher durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit ja ganz einfach möglich war. Das, was eben zu dem Gefühl führte, dass man keine Kontrolle über die Migration hat, das ist abgestellt worden. Interessanterweise hat das aber überhaupt nicht dazu geführt, dass die Migration weniger geworden ist. Im Gegenteil, im Vergleich zu noch 2019 hat sich die Migration per Visa verdreifacht. Damals waren das knapp 200.000, die im Jahr hier reingekommen sind ins Land, Arbeitsmigranten. Jetzt hat man 600.000. Und das ist natürlich insofern interessant, als man sagen kann, okay, ja, fein, die brauchen wir halt, weil die Wirtschaft gibt ja diese Visa aus. Aber es ist natürlich nicht ganz das, was die Brexiteers versprochen haben. Die haben ja gesagt, dass man durch das sich abschotten gegenüber Europas, dass man dadurch eben die Migration senken kann. Das ist nicht passiert. Und so kann man eigentlich insgesamt sagen, dass hier eine große Ernüchterung eingetreten ist, vier Jahre nach dem Brexit. Sehr spannende Informationen und Einschätzungen von Annette Dittert. Danke dir nach London.